Also, ich hatte es gerade auf meiner Tastatur zu liegen, aber es war wirklich weiter weg, als ich es sonst habe. Okay. Wenn ich zum Beispiel Minecraft aufnehme, dann liegt es halt auch auf der Tastatur. So, meins geht jetzt mit jedem Moment aus, das kann ich also nicht mehr sein. Okay. So, ist aus. Gut. 17. Tag. Wie viele Tage haben die Monate eigentlich? 24, oder? Normal eigentlich 30, aber ich... 28. Oh, okay. Na genau, vier Wochen. Oh. Loot. So, erstmal den ganzen Loot hier sichern. Oh Gott, wir brauchen um. Loot, 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 loot. Was könnte man sich jetzt... Was könnte man hier? Was könnte man hier auch? Neue Saat basteln. Oder soll ich das verkaufen? Du darfst ein bisschen neue Saat bereit machen. Okay, ich verkauf's. Vor allem, weil heute Mittwoch ist, heute hat nicht mehr der Laden offen. Achso. Ah, Pierre hat uns geschrieben. Nochmal die Hutmaus. You don't have any mail. Schön. Warum hat mir zweimal die Hutmaus geschrieben? Was zum Teufel? So, wir müssen übrigens noch Stufe 40 in der Mine erreichen und 10 Schleims, wer das noch nicht gemacht hat, töten. Oh ja. Okay. Wollen wir in die Mine? Ja, von mir aus. Ich lege eben ab. Das heißt, du gehst kacken? Nein. Ich lege ab. Reichten. Ich habe meine Gerätschaften abgelegt. Der Gret. Das habe ich gemeint. Der Gret. Du Schwein. Oh, ich guck mal eben, was die Warnsagerin sagt. Oh, ein König in der Soße. Kohlsalat. Lecker. Die Geister sind heute höchst unzufrieden. Sie werden dein Bestes tun, um dein Leben schwer zu machen. Das ist super. Auch in die Mine. Kann ja nur Gutes heißen. So, Kanne und Angel erstmal ablegen. Nachsbären. Stopf, 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 stopf. An so Regentagen ins Studio Valley kann man meistens auch gar nicht viel tun, ne? Nö. Außer an der Mine gehen. Ja. Gut, wenn man Tiere hat, kann man sich darum kümmern. Ja, super. Vor allem, irgendwann haben wir auch genug Sprinkler. Da müssen wir nichts mehr tun. Richtig. Oh mein Gott. Wir könnten uns betteln, wenn die meisten Leute verführt. Das auch. Lachsbären. Okay. Wer macht sich eigentlich wen klar? Lachsbären. Mensch. Ich mach mir irgendeine klar. Nein. Nein, das war meine. Nope. Spür mein Schwert. Ich will dein Schwert nicht spüren. Fühlen Sie es, Mr. Krabs. Fühlen Sie es. Oh nein, wir waren hier. Fühlen Sie es, Mr. Krabs. Oh nein, scheiße. Was habe ich hier für... Was habe ich getan? Ich habe die Spitzhacke vergessen. Du hast ja eine Spitzhacke vergessen. Ja, ich habe sie mit abgelehnt. Wie kann man seine Spitzhacke vergessen? Da darfst du kämpfen. Ja. Ja. Warum war ich so doof und habe meine Spitzhacke vergessen? Rausgarten. Oh nein. Oh nein. Okay, ich auch mal runter. Hier ist ja nichts. Okay. Oh. Oh, wir müssen erst alle Monster bekämpfen, ne? Ja. Ja, okay. Die Wahrsager hat uns gesagt, dass das passieren wird. Ja. Stimmt. Dann kriegt jeder die Quest erfüllt auf jeden Fall. Yay, super. Ich glaube, ich habe da jetzt einen Quest schon, oder? Oh Gott. Oh nein, Bean. Oh Gott. Die auch noch. Okay. Da ist doch ein kleiner Schleim. Depp. Ja. Nicht sterben. Nein, nein. Ich habe noch genug. Hey, aus. Oh, da ist ja noch einer. Oh Gott, blaue Schleims. Steine Einschmelze auf den Haar. Du bist ein Schleim besiegt. Tief in die Mine. Erreiche Ebene 40. Stirb doch endlich. Ach. Boah. Nein. Schlagen nach unten. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hey. Oh, eine Höhenkarotte. Ja, die habe ich hier gerade ausgegraben. Sind alle tot? Ja. Oh, ein Buch. Wo ist denn der Ausgang? Keine Ahnung. Ach, der ist bei der Treppe. Ach. Wie unnötig. Ach, das war wahrscheinlich so eine Art Dungeon-Ding. Ja, ja. Hattest du nie so eine Dungeon? Was? Hattest du nie sowas? Äh, nee. Mir ist, glaube ich, sowas noch gar nicht passiert. Oh. Ich fand es eigentlich immer ganz spannend. Ah, das passiert jedermann mal. Mein erstes Mal. Oh. Schön. Oh Gott, hier ist richtig viel Kupfer. Surprise, but sexy. Oh, eine Geode. Oh. Ja, liegt auch eine Geode. Ich kann die nicht aufnehmen. Ja, ich habe schon. Ich freue mich schon so auf unsere neuen Rucksäcke. Oh ja. Oh, eine Geode. Ich würde ja gerne sagen, damit kann ich viel anfangen. Aber ich bin Archäologe, ich kann damit nichts anfangen. Mit Geoden? Ja, Maus, dann. Okay. Oh. Hey, ich habe eine Cherry Bomb. Oh, oh Gott. Oh nie. Oh ja. Schnell die Dinger hier besiegen. Bevor sie sich verpuppen. Ja. Ich gucke immer auf den mit dem Hut. Bin ich? Ich weiß, aber sonst bin ich immer derjenige mit dem Hut im Singleplayer. Neidisch. Nein, nur verwirrt. Neidisch. Auch. Sagen wir mal so, auch. Kann man die Fackeln hier eigentlich abbauen? Ja. Spitzhacke. Gut, dass ich hier eine habe. Geode. Oder? Oder ist ein Topaz. Oh, Topaz. Dann schmeiße ich ein Gras weg und fertig. Ja. Mit einer Spitzhacke kann man die abbauen. Geh, oh, ja. Du kannst doch nicht einfach dein Gras wegwerfen. Kitter oder 18 lecken sich die Finger danach. Auch Kinder über 18. Oh, krass, geil. Habt ihr früher auch gedacht, Gras ist einfach nur ein Stück Wiese? Ja. Okay, schön. Dann bin ich nicht der Einzige. Ich beschütze dich. Danke. Kannst du auch mich beschützen? Nein. Oh, fuck. Sterbt, sterbt, sterbt. Ich töte ihre Kinder. Wir haben es geschafft. Hier ist der Ausgang. Jo. Ja, hier unten ist Kohle und Quarz. Uh. Ich dachte ja früher, dass Kiffen ein anderes Wort für Sex ist, ne? Echt? Was? Ja. Okay. Ein bisschen Kiffen. Ein bisschen Kiffen, genau. Tauli, Taulies Handtuch. Genau das wollte er. Hier liegen noch ein paar Geoden rum und einige Steine. Ah, nein. Was, wo liegen da Geoden? Ne, Moment. Hat sich, glaube ich, erledigt. Oh, das ist der Loot-Zirkel. Den müssten wir machen. Was? Ne, in der Mitte ist Loot. Ah, okay. Oh, du blödes Vieh. Ey, schubst dir doch ein Irgendwöckchen nicht rein. Oh, da kommen Krabben raus. Das wusste ich doch nicht. Oh, du blödes Insekt. Der Ton ist auch so nervig. Oh, nein. Hier ist noch einer. Stöp. Was geschafft. Och, nö. Ne. Oh, jetzt kommen richtig viele, oder? Jupp. Oh, hier sind die Larven. Oh, nein. Die verpuppen sich. Dann töten sie es mit Feuer. Was geht? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe eine Cherry Bomb dabei. Pass auf, geh weg. Cherry Bomb. Oh, shit. Schade. Ist wer gestorben? Nein. Zum Glück nicht. Ich sterb gleich an den Viechern. Ja. Ja, pass auf deine Gesundheit auf. Ist eine Lachsbäre oder so. Oh. So, jetzt bin ich erst mal am Essen. Ja, das ist ein guter Plan. Ach, nö. Hier sind wieder zwei. Oh Gott. Ich bin des Todes. Ich bin dem Tode nah. Drei. Danach möchte ich einen Orden haben. Ja, dafür bräuchte es eigentlich einen Erfolg. Hier sind wieder drei. Oh Gott, hier ist wieder einer gekommen. Oh, ich bin gleich weg. Ich bin gleich weg. Kann ich den Cremes essen? Nein. Oh, nee. Ich kann nichts mehr essen. Du kannst nichts mehr essen? Ja, ich habe nichts mehr zu essen. Kann ich mir nicht irgendwie ein Health-Pack bauen? Den Ausgang habt ihr auch nicht gefunden, oder? Nee. Erstmal noch nicht. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe noch einen 40. Warum macht ihr denn auch alle Steine auf? Nein. 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 Geri. Nein. Gerade du bist doch unser Kämpfer. Oh Gott. Okay. Kann ich, kann ich. Oh nein, unser Geld. Warum ist unser Geld gerade flöten gegangen? Nein. Was? Wie? Was? Ich habe acht Gegenstände aus meinem Inventar verloren. Ich habe jetzt so... den Topaz, ich glaube ein bisschen Buckmeat. Willst du mich verarschen? Was heißt da ein bisschen Buckmeat oder alles? Alles. Ich habe jetzt nur noch Kohle und zwei Steine. Zwölf Kohle und zwei Steine. Das Buckmeat ist eigentlich richtig geil. Ach, hier ist der Ausgang. Ärgerlich. Wow. Ich kann jetzt nur noch auf Stufe Ebene 5 runter. Nee. Wir haben jetzt Stufe 20 freigeschaltet. Oh, ein neues Schwert. Was? Du kannst auch auf Stufe 20... Ich will dein altes Schwert nicht. Ah. Cool. Wieso denn nicht? Ja. Oh, viel schöner. Yes. Oh, shit. Ja, wenn man jetzt noch eine Arme dabei hätte, ne? Wir sollten vielleicht mal rausgehen. Guck mal auf die Uhrzeit. Ja, es ist spät. Okay. Cool. Wir haben viel erlebt. Gary ist mal gestorben. Hey. Endlich mal. Pisst. Was müssen wir für die... Ah, tritt der Abenteuer, Gil, dabei müssen wir noch. Ach, dann müssen wir zu dem Alten dahin, den muss an der Hütte. Mit den unnötigen Öffnungszeiten. Von wann bis wann ist das geöffnet? Von 5 bis 10 Uhr oder so? Ja, von... Ich glaube von 14 bis 10 Uhr. 10 Uhr abends. Richtig unnötig. Von 12 bis mittags. Genau. Ich habe einen kleinen Leuchttring, glaube ich, gefunden. Ja, einen kleinen Leuchttring. Oh, ja. Ey, wehe. Ich sterbe hier zum Malo, vergiss das Schwert. Oder verliert das Schwert. Oh, das Schwert verliert das aber richtig scheiße. Stirb, stirb, stirb. So, ich liege im Bett. Warum kämpfe ich mit meinem alten Schwert? Natürlich auch. Weil du dir Herausforderungen suchst. Oh. Natürlich. So. Ah. Bett. Oh, ich habe ein 1, komm Bett. Robust der Ring. Ich kann das Bienenhaus, das Bienenhaus bauen. Mit. Und Kampf Stufe 1. Oh, Manni. Du, mann die Bank, Junge. Bringt richtig Geld. Bling. Bling. Der Speicherort. Kikiri. Oh. Kirschblüten. Oh, Kirschblüten. Okay, die Geister sind heute wieder höchst unzufrieden. Why? Oh, alles verkaufen. Oh, ich sollte mein Zeug erstmal holen. Da hast du einen Blumenkohl hier rausgeschmissen. Juhu. Wie viel Blumenkohl habt ihr gesammelt? Oh Gott, keine Ahnung. War einiges, oder? Ja. So ein bisschen mehr. Vielleicht können wir uns morgen mal die Rucksäcke leisten. Juhu. Kann gut möglich sein. Dürfen wir heute halt kein Geld ausgeben. Was machen wir dann heute? Äh. Holzfällen. Oh ja, das wäre eine Idee. Noch mal ein Dungeon. Weil die Geister wieder höchst unzufrieden sind. Ach so, ja. Okay, schade. Vergiss es. Wir brauchen auf jeden Fall noch einige goldene Pastinaken. Das kriegen wir mit dem Dünger, glaube ich, gut hin. Ja, das ist gut möglich. Pastinaken. Ich muss noch einen Ofen herstellen für die eine Quest. Hast du das denn nicht? Ja. Ne. Und ich habe immer noch nicht 10 grüne Slimes besiegt, weil ihr immer den Kill geklaut habt. Wir waren in der Slime-Hölle. Was hast du getan? Ich habe Slimes getötet. Aber ihr habt mir die Kill geklaut. Echt? Ich und Gary haben die ganze Zeit zusammengekämpft. Ich weiß nicht, wo du warst. So eine Ecke am Heim. Ich dachte, du warst unterwegs. So eine Ecke am Heim. Hallo, Pfannkuchen. Anteil gilt beutreten. Kraft der Furnace. Alles klar. Was? Ich gehe heute zufällen. Furnace. Ein Ofen. Furnace. Furnace. Kuppert und Stein. Wir könnten auch erst mal das Silo bauen, weil dann können wir das Gras endlich wegmachen. Ja. Ja, das wäre auch eine Idee. Weg mit dem Gras. Weg mit dem Gras. Jetzt ist das die Grieskannenkiste. Jetzt ist das die Axtkiste. Hast du die Bäume alle nebeneinander gepflanzt? Ja. So wachsen die nicht, das weißt du, oder? Klar wachsen die so. Nee, die können doch nicht so in einer Reihe wachsen, oder? Doch. Okay, ich lasse mich überraschen. Sie wachsen nicht alle gleichzeitig, aber... Nein, was machst du da, Kampfkartoffel? Ich entferne Gras. Wieso? Ich mache nicht alles platt. Weil es mich stört, weil es nicht ordentlich aussieht. Alter, das ist alles unser Futter später. Ja, es wächst ja nach. Wollte sagen, es wächst doch nach. Tötet ihn. Nee, du versuchst mich zu dir irgendwas noch mehr platt. Ich habe doch gerade gesagt, das brauchen wir für unser Futter. Den Platz brauchen wir hier doch gar nicht. Das sieht aber scheiße aus. Wieso? Weil es scheiße aussieht. Das sind schöne Umwiesen. Ach. Ich mag das Ölpflanzen. Ich merks. Braucht man eigentlich für irgendwas Lehm? Äh... Stein? Nicht. Also für, 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 für. Also jetzt in Stardew Valley, nicht in echt. Äh... Stein? Nee, weiß ich nicht. Ähm, 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 Crafting? Campfire? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie mag keiner Lehm, also solltest du auf keinen Fall irgendwem schenken. Na, daraus kann man ja eigentlich Ziegel basteln. Gibt es Ziegel in diesem Spiel? Ich habe keine Ahnung. Das ist nicht Minecraft. Ach ja, die gute alte Minecraft-Phasen.